Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Henschenmeyer, Paterrapport bzw. Coach in Hamburg, Berlin in der Nähe von München. Mein neun Objektiv, Alter ist das scharf, krass ey. Genau, ich mache auch wieder Live-Sessions ab März und ja, und macht noch mit die Selbstliebe-Challenge. Basic geht wieder los, der All-Time-Klassiker, der Manifestationskurs am 1. März und in zwei Tagen gibt es auch den neuen Bindungsangstkurs am 20.02. zum Frühbucherpreis. Ja, genau, heute geht es um das Thema Stockholm-Syndrom und ja, jemand hat mich schlecht behandelt. Ich habe so schreckliche Sehnsucht nach ihm und genau, das wollen wir uns heute nochmal angucken. Ansonsten ist gerade echt viel los hier bei Liebeschip. Also das Buch ist jetzt so in den letzten Zügen, es wird wohl vor Ostern noch rauskommen, vom Opfer zum Gestalter. Ich sage euch Bescheid, sobald es bei Amazon schon mal ist. Ja, dann passend zu dem Thema heute gibt es am Freitag, 20 Uhr auf YouTube diesmal ein Special, warum stehen Frauen auf Bad Guys? Fragezeichen. Und sonntags bin ich ja wieder, wie jeden Sonntag, jeden Mittwoch, 20 Uhr auf Twitch. Ja, ich habe wieder eine Mail von Nikitina Karinkovic und wieder diese russischen Mails. Und wenn du auch solche Fragen whiteboardet haben willst, dann geh mal auf liebeschip.de, auf Kontakt und da kannst du so ein Formular ausfüllen. Guten Abend, ich habe mich aus einer On-Off-Beziehung gelöst. Wie fleißige Zuschauer meines Kanals wissen, heißt das in der Regel nicht kompatibel. Fertig. Nach der Trennung gab es einen riesen Zopf, weil er die Trennung nicht akzeptieren wollte. Ja, das ist jetzt eine ganz kurze Mail, aber das ist eigentlich alles schon wieder das, was ich immer sage. Wenn die Beziehung schon nicht funktioniert, dann funktioniert die Trennung auch häufig nicht. Also es gibt Ausnahmen, es gibt auch so stark bindungsängstliche Menschen, die einfach so ein sabotierendes Muster haben und die gehen und fertig, was echt besser ist. Aber ganz oft ist es so, die Beziehung funktioniert nicht und die Trennung ist auch eine einzige Katastrophe irgendwie, weil dann das Ego verletzt ist und das innere Kind bei deinem Partner. Aber oft das Ego auch oder wie kannst du dich trennen? Wie gesagt, das ist eine ganz kurze Mail. Ich interpretiere jetzt mal so ein bisschen frei rein, einfach weil das Thema, glaube ich, immer wieder interessant ist. Genau. Ja. Er hat mich gestalkt und vor einer öffentlichen Einrichtung verleumdet. Ja, das ist einfach so ein Klassiker. Ja, also übersetzt, er scheißt, also ich meine, wie gesagt, das ist aus seinen inneren Schmerzen und Ego und Kindthemen und wegen seiner, ist auch egal, aber jetzt nur für dich. Er scheißt auf deine Grenzen, stalkt dich und stellt dich noch extrem schlecht dar. Ja, was im Übrigen ja auch nicht nur ein Kavaliersdelikt ist, würde ich mal sagen. Das ist schon, das ist, das ist auch den Leuten, denen das passiert. Man ist dann schnell auch in einem rechtlichen Bereich, der, wo, ja, wo bestimmte Sachen einfach nicht gehen. Man kann nicht einfach irgendwas behaupten irgendwie. Also Verleumdung, Verleumdung ist eine Straftat, ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Anwalt, aber soweit ich weiß, wenn es wirklich diesen Tatbestand erfüllt, ist es eine Straftat. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die Anwältin würden mich korrigieren, sonst, ähm, genau. Von daher ist kein Kavaliersdelikt, man muss natürlich immer belegen, ich weiß nicht was, man muss halt überlegen, ob man da wirklich Bock drauf hat und ich weiß nicht was. Aber, ähm, ja, es ist, es sind keine Kavaliersdelikte und man muss wirklich auch sagen, äh, das wird auch durchaus ernst genommen. Und die, auch, also, diese öffentlichen Stellen, von denen du hier sprichst, die wissen auch, dass es sowas gibt. Das gibt's auch andersrum, ne? So, äh, das muss man immer mal überlegen, also das, äh, ob man sich da nicht auch mal, ähm, auf einer anderen Ebene gegen wehrt. Das ist manchmal ein Gedanke wert. So, nun nach drei Jahren werden wir uns das erste Mal sehen. Ähm, wir werden Eltern bleiben, also wir haben offensichtlich ein Kind. Ich durchlebe gerade wieder starke Gefühle, Sehnsucht wirklich wie eine Sucht. Ja, es ist Liebessucht, da habe ich ja 778 Videos drüber gemacht. Ähm, ich wollte heute mal wieder so einen anderen Aspekt nehmen, den hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich mich abgrenzen soll, zumal mich und meine Bedürftigkeit kennt. Und ja, wie gesagt, man kann jetzt immer auf den anderen gucken, warum, warum kennt er eine Bedürftigkeit, warum nutzt er das aus? Ja, ich meine, wie gesagt, er ist da genauso in seinen Mustern verfangen wie du letztlich so. Du kannst ihn nicht ändern, du kannst nur an dir arbeiten, warum du das gut findest. Und, ähm, was ich bei dieser Mail gedacht habe, wie gesagt, ich kenne jetzt die ganzen Details ja nicht, aber, ähm, vor allem gibt es ja das Stockholm-Syndrom, ne? Wer da noch nicht von gehört hat, Stockholm-Syndrom ist das aus einer Geiselnahme in Stockholm offensichtlich in einer Botschaft, die, glaube ich, mal eine Woche ging. Äh, äh, und wo sich zwei Frauen und ihre Geiselnehmer verliebt haben. Ja, ich, vielleicht war es auch nur eine oder drei, also, ist auch wurscht. Und ich meine, eine hätten sogar heiraten wollen, oder, also ganz, wo man denkt, what the fuck, irgendwie, ne? Aber das ist so ein psychisches, oh, Katzen hier wieder, so ein psychisches, ähm, Ding, dass es da, wenn es, wenn es so, wenn man total in so einem Chemie-Cocktail ist von Angst, äh, und dann wird Angst wieder gelöst. Und, äh, dann entsteht wieder totale Angst und dann wird es wieder gelöst, äh, also jetzt in dieser Stockholm-Geschichte war das dann halt so, ja, dann hast du Angst um dein Leben, ne? Ne, Geiselnahme, eine Woche und dann ist aber einer dieser Geiselnehmer ist dann vielleicht so nett, dass er dir einen Kaffee gibt und sagt, wie geht's dir denn? Und du bist ja eine nette Geisel und, hm, Mensch, irgendwie, schön. Und man vergisst dann ganz, dass es ein Geiselnehmer ist, ne? Was jetzt in dem Fall, in dieser Stockholm-Geschichte, ähm, einfach auch, jetzt mal unabhängig von der eigenen Kindheit, die man vielleicht hat, oder ich weiß nicht was, äh, auch wirklich einfach so ein irrer Chemie-Cocktail irgendwie hier ist, das Gehen, der Körper, der einfach überleben will, dein System, was überleben will, was dann auf alles setzt, das ist auch so ein Überlebensmechanismus, so, ne? Und, ähm, aber letzten Endes, muss man sich halt klar machen, ich bleib jetzt mal in dieser Themonologie, es ist der Geiselnehmer, auch wenn er, der dir einen Kaffee bringt, so, ne? Also, das heißt, das ist immer noch jemand, der dich gestalkt und verleumdet hat, ich benutze mal deine Worte hier, und der vielleicht zwischendurch mal drei Sekunden nett war, so, ne? Das muss man sich mal wieder klar machen, ne? Also, so, ich bin sonst eine starke, selbstbewusste Frau, aber ich erschrecke mich jedes Mal über meine starken Gefühle. Also, ja, ich glaube, da werden ganz viele drunter kommentieren, das, äh, kennen ganz viele, ähm, das ist halt Liebessucht und, ja, notfalls muss man halt da auch vor Ort mal sich mal jemand holen, mit dem man auch schon mal arbeitet, wenn das wirklich krass ist. Also, ansonsten, ja, sind, äh, meine Kurse sind halt auch drauf zugeschnitten, auch solche Situationen, äh, Modul, Null, hier, Liebeskommodul, Modul 1, rumkommen wir aus Liebeschipps, also, solltest du mal, ich häng da gleich an, ähm, also, falls ihr meine Kurse noch nicht kennt, auf liebeschipp.de, ich denk da gleich an Bändertrennen, äh, Shitlist, also diese ganzen Sachen, ähm. Ähm, aber, ja, ist schon krass, wenn man das so erlebt, ne, äh, und das mag sein, dass du eine starke, selbstbewusste Frau bist, aber du hast definitiv eine Lücke in diesem Selbstbewusstsein, weil, also, irgendwas läuft da ja nicht so richtig so, ne, das, ähm, und ich kenn das super, also, dass, dass ich das gelesen hab, hab ich so auch mal drüber nachgedacht, ich kenn's total aus meinem Leben früher, äh, äh, solche Situationen, äh, jetzt, weiß ich nicht, sie sind natürlich in der Intensität immer unterschiedlich, vielleicht nicht ganz so, aber ich kenn's total gut, und ich muss ganz ehrlich sagen, aus heutiger Sicht, ich kann mich da, ich hab wirklich Mühe, mich da überhaupt noch reinzudenken, das ist für mich so, also, wenn mich jemand schlecht behandelt, das fuckt mich so dermaßen ab inzwischen, dass ich denk, oh, ey, das ist auch ne, und, also, und da kann, da kann jeder von euch hinkommen, ähm, jeder von euch kann da hinkommen, ähm, also, ich, ich würd echt lieber die Menschheit untergehen lassen, den ganzen Tag Playstation spielen, hab grad mal ne Playstation 5 gekriegt, die Playstation 5 hat's zu mir geschafft, als wieder in so ne Rotzbeziehung zu gehen, wo man echt einfach nur kacke behandelt wird, und echt, also, nur für selbstständig genommen wird, aber ich hab auch wirklich gelernt, es bringt überhaupt nichts, auf diesen Partner zu gucken, weil der spiegelt einen, der spiegelt einen, den eigenen Themen, die man hat, äh, und man sollte wirklich einfach nur auf sich gucken, und den anderen aus der Gleichung rausnehmen, und einfach, eigentlich sollte man sagen, danke für diesen Spiegel, den du mir hier schickst, irgendwie, und, oh, da hab ich ja offensichtlich ne offene Flanke, ähm, weil, wenn man Sehnsucht nach jemandem hat, der einen scheiße behandelt hat, hat man auf jeden Fall ein Selbstliebethema, so, ne, auch, klar, auch wenn man die ganzen, hab ich ja auch x-v-lustre gemacht, intermittierende Verstärkung im Gehirn, äh, Stockholm-Syndrom-Hormone, bla bla bla, ja, es ist immer noch, hat man ein Selbstliebethema, so, ne, und, äh, und da muss man auf die Suche gehen, warum, wieso, äh, äh, warum, warum stehe ich da drauf, ne, und, also man sollte es, ja, guck doch mal, wie gesagt, morgen mal vorbei, das wird natürlich auch nochmal spannend, ähm, in dem Livestream, ähm, ähm, aber, es ist es, ich mein, ich weiß, das sind Sachen, die sind tief im Gehirn, äh, wirken die, und da oben in dieser Denkebene denkt man sich, what the fuck, irgendwie, aber, ja, es ist, ich mein, es ist menschlich, sonst würden nicht so viele Leute Drogen nehmen, ne, aber, letzten Endes, macht sich kaputt irgendwie, ne, das weißt du auch, ne, und ich kann auch sagen, ja, ich hab so eine Sehnsucht, äh, Kokain zu nehmen, ja, ja, ist trotzdem scheiße, ne, ja, ähm, wieso ich mich ihm gegenüber verhalten, dass es meinem Kind gut geht, und er mich in Ruhe lässt, ja, also mit Kindern mach ich ja nichts in Videos, aber, ähm, ja, also, dass er dich in Ruhe lässt, du sollst natürlich nicht wieder irgendwie aus dieser Sehnsucht Kontakt aufnehmen, ne, äh, ich fühle mich wie ein Junkie, und das nach 18 Monaten ohne Kontakt, ja, habt ihr wirklich keinen, also das sind jetzt so, ich vermute, dass du meine Arbeit noch nicht kennst, hast du wirklich keinen Kontakt gehabt, ähm, hast du innerlich null Kontakt gehabt, das heißt, dass du nicht jeden Tag drüber nachgedacht hast, äh, stellst ihn auf den Podest, äh, hast du ein nice, geiles Leben, wenn ja, wenn nein, warum nicht, äh, liebst du dich selbst, bedingungslos, was kaum jemand macht, glaube ich, äh, ja, also, das wirft natürlich Fragen auf, also, es ist gut, dass du mir schreibst, so, ne, es wirft Fragen auf, und ist auch gut für all die anderen, denen es so geht, aber, äh, ja, es ist immer noch jemand, der dich total kacke behandelt hat, so, ne, ich meine, klar, ähm, also, man muss natürlich immer, also, sich, das ist natürlich auch so ein, so ein Märchen, dass die Pluspole alles, die englen Menschen sind, vielleicht hast du auch irgendwas falsch gemacht, oder vielleicht hast du auch deine Themen, aber das spielt überhaupt keine Rolle, also, ich vermute mal, dass du ihn nicht verleumdet und nicht gestalkt hast, so, ne, und das, das sage ich auch immer, wenn man, mich fangen ja oft Leute, wer war denn jetzt hier so der Mensch mit narzisstischen Anteilen, oder wer war der Mensch mit, ähm, keine Ahnung, der krasse Minuspol, dann sage ich immer, was läuft nach der Trennung, also, wer lässt wen in Ruhe, und wer lässt wen nicht in Ruhe, und, äh, wer behandelt, wer ist vielleicht traurig, und, und lässt es aber gut sein, und wer, äh, tritt immer wieder nach, also, dann weißt du, wer was ist, so, ne, und das geht ja auch gar nicht um besser oder schlechter, nur, dass man, ähm, ja, dass man einfach mal die Kirche im Dorf lässt, und sagt, äh, ja, sorry, jemand, der mich stalkt und verleumdet, das ist kein Mensch, den ich, äh, jetzt hier in meiner direkten Nähe haben will, so, ne, ich kann den auf ne, ich kann den auch sogar auf ne abstrakte Art, also, wir haben ja definitiv zu wenig Liebe in der Welt, ich kann sagen, ja, der hat auch nur seine Themen, aber, äh, aber gut, es sollte man Menschen, die so vielleicht in so ein, gerade eher in so einem Co-Abhängigkeitsthema sind, sollte man das jetzt nicht sagen, weil dann denken sie, ja, ich kann ihn retten, nein, du kannst ihn nicht retten, so, ne, und das wird genauso weitergehen, äh, und, äh, ja, und dann geht ihr wieder auseinander, was macht ihr denn dann, also, was, was ist denn dann, also, kriegst du dann irgendwie so eine Anzeige von jemandem, was weiß ich, also, ach, ja, mach nicht so einen Scheiß, echt, das weißt du auch. Geht mit deinen Freunden, arbeite an dir, mach Beratung, oder sonst was, äh, mach die Kurse, aber wirklich, das, das weißt du genau, das ist, aber da kann man was dran machen, also, man ist diesem Gefühl nicht hoffnungslos ausgeliefert, es gibt da einen definierten Weg raus, der ist, länger als man sich wünscht manchmal, es ist kein Quick-Fix, aber, ja, es sind letztlich sind es auch nur, nur Emotionen irgendwie, und mit denen kann man umgehen, ja, ähm, genau, lass mir auch gerne mal, das läuft auf Twitch schon ganz gut, äh, freu mich auch hier über, bezahlte Kanal, Abos, also abonnieren auf jeden Fall ganz normal, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, hier Mitglied zu werden, freu ich mich auch, äh, kann ich noch mehr Videos machen, und wir werden es bald wiedersehen. und wir werden es bald wiedersehen, und wir werden es bald wiedersehen,